Der Influencer hatte jahrelang damit zu kämpfen und musste es vor der Öffentlichkeit verstecken. Jetzt bricht Julienko sein Schweigen und veröffentlicht diese schockierenden Fotos. Schon zu Zeiten, als Julienko mit Bianca besser bekannt als Bibi zusammen war, hatte er schon Probleme mit seinen Haaren. Was aber keiner wusste war, dass er sehr starke Geheimratsecken hatte. Diese waren so groß, dass er gezwungen war, seine Haare immer nach vorne zu stylen. Jahrelang hat es keiner geahnt oder gesehen. Doch nach all den Jahren hat er sich endlich dazu entschieden, etwas dagegen zu tun. So flog er nach Wien, um sich dort einer Haartransplantation zu unterziehen. Nach der Behandlung konnte man den Unterschied sehr gut erkennen. Auch Raphael begleitet ihn und macht genau das Gleiche. Wir dürfen in sechs bis neun Monaten gespannt sein, wie stark sich Julienkos neue Haarpracht entwickelt hat. Wie findet ihr den Unterschied? Glaubt ihr, der Influencer wird sich optisch zukünftig stark verändern? Also meine Haare seht ihr, waren vorher hier und jetzt habe ich sie 1,8 cm, das ist übrigens Haarfarbe, 1,8 cm tiefer setzen lassen.